Ho, ho, hi zusammen und willkommen zu einem neuen Unboxing-Loot-Chest. Ein verfrühtes Geschenke auspacken, denn wir haben noch nicht Weihnachten und Leute, guckt mal, was ich wiedergefunden hab. Das heißt, wir können jetzt auf altgewohnte Weise wieder unsere Loot-Chest öffnen. Los geht's! Oh, ist das schön. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder Platzprobleme bekommen, weil hier fängt schon der Ständer von dem... Der Ständer, das Stativ, meinte ich. Er hat Ständer gesagt, einfach so. Mal gucken, ob es mit dem Platz ausreicht. Wir öffnen die Loot-Chest. Die Weihnachts-Loot-Chest, Dezember. Vielleicht ist es auch weihnachtlich. Gucken wir mal nach. Mist. Ja, so hält's. So ist gut. Das sieht schon mal sehr weihnachtlich aus. Loot-Chest, Loot-Chest, Loot-Chest. Wir bringen dir heute dein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Genau das, was ich schon angedeutet hab. Uh, Assassin's Creed. So ist er richtig rum. Und so muss man's lesen. Es wirkt vergleichsweise sehr leer. Also zur letzten Loot-Chest, die war ja bis hierhin voll. Also bis hierhin. Na gut, schauen wir mal nach. Als erstes nehme ich das hier. Natürlich, Pac-Man. Uh, ein Wecker. Ein Alarmglock-Wecker. Das ist ja cool. Man sieht hier Pac-Man in der Mitte. Und die Geister drumrum. Und der hat oben zwei, ja, ich erkenne's, zwei kleine Glocken. Der ist ja süß. Dann mal was Kleines. Und zwar, ähm... Ich hab gedacht, das wäre nur so... Aber gut. Star Wars The Force Awakens. Oh, oh, das ist ein Mikrofaser-Brillenputzbeutel. Was ist denn ein Mikrofaser-Brillenputzbeutel? Tut man da Putzzeug rein für sein Brillenzeug? Naja, ich hab keine Brille. Trotzdem, äh... Nein, ich hab's aufgemacht. Äh, äh. Äh, äh. Hier ist auch kein Tacker. Was ist das denn für ein Haushalt? Da muss es so gehen. Ähm, es ist nichts passiert. Weiter geht's mit, äh, dem hier. Spektere. 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 Wie man's auch immer ausspricht. Puh. Wow. Okay. James Bond. Linkals. Machen wir sie mal auf. Oh, sie sind... Ähm. Wow. Sind da auch Motive drauf? Oh, ja. Oh, cool. Ah. Ich glaube, auf den Karten sind die verschiedenen James Bond auch mit Beschriftung. Hier, James Bond, Daniel Craig. Oder auch die Bond-Girls und Bösewichte auf den Karten drauf. Das ist cool. Das ist sehr cool. Oh, ich mag, ich mag sowas nicht auspacken. Hm. Ich mag's lieber so in den Schrank stellen. Vielleicht packe ich die Karten noch aus und mach die so und kleb die hinten ran mit Tesafilm, weil ich bin ja jetzt gerade ausgerüstet hier. Das ist cool. Oh, ich mag Karten. Nicht mit Spielen. Nur angucken. Süßigkeiten. Was haben wir denn aus den 90ern für Süßigkeiten? Ah, versteckt es sich. Schockig. 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 Schockig? Also so wie Schokoladig? Schockig? Vanilla Cream. Der sieht auch ein bisschen geschändet aus. Als kommt der, als wäre der wirklich aus den 90ern. Aber nö. Laut Haltbarkeitsdatum nicht. Es sei denn, die sind sehr, sehr lange haltbar. Ja, sowas kenne ich auch noch von... Hat man damals auch immer zur Schule bei gehabt. So kleine Snacks, die man dann in der Pause gefrühstückt hat. Oder wenn man nicht so beliebt war, wurde es einem geklaut. Und andere haben es dann in der Pause gesnackt. Ich habe immer zwei gehabt. Für solche Fälle. T-Shirt machen wir wieder... Uh, da versteckt sich noch was drunter. Ich spüre es deutlich. Wir können es erfüllen. Es ist länglich. Hier ist, glaube ich, ein Kopf. Hier ist... Ich weiß nicht, was das hier ist. Eine Kante. Wir schauen gleich nach. Als erstes gucken wir uns das hier an. Es sieht nach... Aus. Und es ist es. Aber was? Ach, das... Ich habe es jetzt gerade an dem Pinöckli oben erst gesehen. Es ist eine Christbaumkugel. Schade, dass es nur eine ist. Ich hätte gerne einen ganzen Baum davon wollen. Das ist ja witzig. Also wer... Also... Wer schon mal einen Weihnachtsbaum mit Star Wars Deko gesehen hat, bitte ein Bild in die Kommentare. Vielleicht könnte das mal ein Ziel sein für nächstes Jahr. Aber ich glaube, da hat meine Freunde was gegen. Besonders gegen Star Wars. Dieses Jahr werden wir leider keinen Weihnachtsbaum haben, weil wir im Urlaub sind. Da werdet ihr vielleicht auch ein Video sehen, falls ich was drehen kann, was sich lohnt, was interessant ist. Aber nächstes Jahr versuche ich dann, diese Christbaumkugel an unseren Baum zu hängen. So. T-Shirt machen wir wieder zum Schluss. Und hier ist was eingewickelt. Ah, hier ist es drin. Und es ist... Eine Dose. Wahrscheinlich ein Energy. Oh, die fühlen sich immer... Die Mattdosen fühlen sich immer so schön an. Assassin's Creed. Das spiegelt sehr. Assassin's Creed. PowerPoint Energy. Classic Energy. Okay, ohne Geschmack. Also nur Energy-Geschmack. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wie lange ist denn der haltbar? Wann muss ich denn ausgetrunken haben? Äh, 2018. Ja gut, dann kann ich den erstmal noch im Schrank stehen. Oh, der ist kalt. Der ist sogar kühl. Das ist gut. Kommt sogar kühl an. Und das T-Shirt. Das letzte. Justice League. Flash. Man weiß, dass es das Logo von Flash ist, aber eigentlich kennt man es von Big Bang Theory. Also was heißt eigentlich kennt man es von Big Bang Theory? Also Sheldon hat schon mal dieses T-Shirt angehabt. Schon mal öfters. Und daher kennt man es auch. Erkennt man es auch sehr deutlich. Basing, ja. Ja, ist ja schön. Oh. Ähm, vertrauliche Daten. Super, die T-Shirts, die gefallen mir immer so. Herrlich. Und das war es schon wieder mit der Loot-Jest. Für diesen Monat. Wir haben jetzt schon. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Loot-Jests. Eine fehlt noch. Vielleicht erweitere ich mein Abo um nochmal sechs. Ja, mir macht Spaß, solche Dinge auszupacken. Aber mein Schrank wird ziemlich voll. Also ich müsste mal langsam, äh, ausmisten. Es sieht so relativ rummelig aus da. Gut, wir sehen uns zu einer nächsten Loot-Jest. Und zwar Januar. Mitte Januar. Leider kommt diese Loot-Jest jetzt ein wenig spät. Aber ich hätte sie auch an Weihnachten auspacken können. Überlege ich gerade. Naja. Die nächste Loot-Jest kommt wieder pünktlich. Und bis dahin. Enjoy. Die Entertainment. Mein Mann, ja.